Willkommen zurück zu Darkseller 2. Ja, ich und Bub, wir stehen jetzt hier in dem letzten Dungeon von der ersten Welt und wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Hier gibt es noch ein bisschen was an Vasen, die nichts haben. Wieso nicht? Eine kaputte Tür und hier ist dicht. Okay, lässt sie mich mal durch. Müssen wir weiter gehen. Die Tür sieht mir ziemlich... Ja, die geht glaube ich nicht auf. Ne. Dann hier hinter. Aha. Dann los! Was los? Ach, der schmeißt mich da rüber. Okay. Okay. Ähm. Achso, ja. Runter. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt an so einen Kessel ranhängen. So. Und den richtigen Moment abpassen. Los! Hey! Hey! Äh, bin ich gegen den Pfosten gerade gefallen, oder was? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, das Ganze nochmal. Geh mal runter. So. Ich komme ja hier andauernd. So, ich könnte auch hier, aber... Ne, ich will... Zeig mir den Weg. Ach, da soll ich gar nicht hin. Okay, dann soll ich auf die andere Seite. Ja, weil da eine Kiste angezeigt wird. Deswegen wollte ich da jetzt gleich hin. Geh mal hier rum. Lö, äh, 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 äh. Ich hoffe jetzt das letzte Mal. Okay, dann gehen wir jetzt so lang. Er wollte es ja nicht anders. So. Ui, ui, ui. Da wollte ich nämlich rüber. Aber da kommen wir, glaube ich... ...von da drüben auch rüber. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, müssen wir hier lang. Oh ja, was macht ihr denn hier? Ey, kennst du schon Ronhold Summer? Ah, Dankeschön. Aber als nächstes müssen wir wieder, weil mir ein bisschen Leben fehlt. Dann sollten wir immer gleich mit den Sensen... Ach, hier ist ein Hebel. Okay, ich will aber erstmal noch zu der Kiste. Yay, und da haben wir jetzt schon wieder vier Tränke. Und eine Sense, wir gucken mal eben kurz, eine blaue. Na, bei Exekutieren gibt sie mir Gesundheit. Da müsste ich das mit dem, wenn man Kreis drücken muss, wissen. Und wisst ihr, und das ist er. Aber Schaden, naja, so viel Schaden, mehr macht ihr jetzt auch nicht. Sieben, sieben mehr, aber Durchschlagskraft hat sie. Durchschlagskraft ist mehr, ist auf jeden Fall dabei. Und die ist Level 11, ne. Unsere ist 8, 10, das geht ja auch noch. Ne, ich bleib erstmal bei meiner Sense. Mensch, was ist heute los mit dem Deutsch? Alles klar. Okay. Ach. Nö. Wurzt rein, oder was? Ich schaue mich aber erstmal hier um, ja. Wenn du nichts dagegen hast. Echt? Ah, hier müssen wir mit einer Kreation hin. Ja, hier können wir nichts machen. Okay. Hier kommen wir auch nicht durch. Kann nur mit einer Kreation, ähm. Aber hier könnten wir durch. Also ich zumindest. Ich will nur eben gucken. Ja, ich kann ihn ja erstmal reinlassen. Aber was ist, wenn das dann wieder zu ist hier? Moment mal, was zeigt die Karte an? Ach, da komme ich wieder zu ihm. Ja, okay. Können wir ja mal ganz schnell gucken gehen, ob da irgendwo vielleicht was rumliegt, versteckt ist. Ne, ich glaube, hier müssen wir noch eins höher. Moment, Moment, Moment. Geh mal hier runter. Hier sind doch ein Haufen Vasen. So. Aha. Ach, das ist dieser schmale Gang, wo ich vorne... Okay, okay, okay. Da brauchen wir dann nicht weiter. Okay, Bub, ich lasse dich jetzt rein. Jetzt hier braucht man einen Schlüssel. Und komm durch. Bleib dort, ich nehm die Tür. Die was? Achso. Lass ihn fallen. Der hält's ja ne Weile. Ich hätte mehr in der Schmiede arbeiten sollen. Der alte Valus kann das viel besser. Lässt die Kraft nach, oder wie? Ui, hier sehen wir den. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht der noch dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter. Wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los! Okay. Also es heißt, ähm, ja, drei Herzsteine müssen wir finden. So, jetzt kommt er mir natürlich die ganze Zeit hinterher. Aber ich muss hier erstmal alles... Ach, hier können wir erst später rüber. Und da unten ist jetzt, glaube ich, auch nichts. Oder? Können wir ja gleich nochmal unten gucken. Aber so, da hatte ich jetzt... Ach, da drüben liegt ein Feind. Ich glaube, der will verprügelt werden. Oder sogar zwei Feinde. So. Muss ja mir aber auch noch hauen. Die olle Sau. Hast du den? Ja, wenn du... So, hier können wir rein. Okay, vorgemerkt. Gucken wir aber, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist nochmal... Hier sind wir, glaube ich, reingekommen, ne? Oder? Durch die Tür. Geh' ich mal hier runter. Da drüben war noch ein Loch. Genau wie da. Ein Rohr oder so. Abflussrohr. Hier ist nichts. Hier wäre ein gutes Versteck gewesen für irgendwas. Komm, ihr habt doch bestimmt irgendwo eine... Fährmanns-Münze versteckt. Ist doch ideal. Boah. Oh je. Wenn ich den sehe. Aber hier ist nichts. Dann noch mehr Löcher. Nee. Hier scheint wirklich nichts zu sein, unten. Na gut. Dann müssen wir definitiv da hinten, durch den kleinen Eingang. Ach, von da sind wir gekommen. Von da unten. Genau. Und hier kam mal die Sequenz. Deswegen konnte ich nicht hier langlaufen. Warum sollte man hier langlaufen? Ist doch eigenartig, oder? Trüben auf der anderen Seite ist ja auch nichts. Hm. Merkwürdig. Ich hätte hier hinten eine Münze versteckt. Oder eine Seite. Vom Buch der Toten. So, da hinten ist ein Holzgerüst. Da geradezu ist ein... Aber da kommen wir gar nicht hin, ne? Weil hier das Holzgerüst ist. Ähm. Kommen wir bestimmt noch hin auf der Seite. Hier ist auch noch eine große Tür. Okay. Aber wenn ich da hinten jetzt das sehe, da wo ihr das, äh, Rote da seht, ne? Da sah es nämlich so aus. Da braucht man ja diese Bombe um den Schalter da. Und das sah so aus, als ob wir, äh, da diesen Greifarm brauchen. Den wir noch kriegen. Und ich denke mal, äh, dass wir den hier kriegen. Wir sind noch nicht fertig. Alter, ich muss mit den Sensen arbeiten. Sonst geht mir das Leben ja weg. So, hier ist überall... die eklige Grütze. Die der Bubo nicht wegkriegt. Und hier hinter ist noch eine Kiste. Aber ich denke mal, wenn wir die Kreation erreicht haben, dass wir denn... Ah ja, diesen Deckel hier wahrscheinlich. Da hinten könnte ich auch hoch. Erstmal hier gucken. Hier brauchen wir eine Kugel. Die müssen wir da hochschleudern. Okay, hier ist Gitter. Er will mich wieder irgendwo hinschmeißen. Okay. Lass mich erstmal kurz gucken. Da oben kommen wir eh noch nicht durch, ne? Weil da nämlich Asche sitzt. Ich geh gleich nochmal dahin. Keine Sorge. Ich will erstmal hier gucken. Ja, hier kommen wir definitiv noch nicht weiter. Aber hier steht ja noch. Was zum Kaputtmachen. So, und von hier sind wir gekommen. Na gut, dann musst du mich da wohl hochschmeißen. Komm hier. Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Ja, das ist ja schön. So. Moment mal, wer ist denn das da drüben? Ach, das ist eine Kiste. Das sah gerade aus, als ob da einer hockt oder so. Und auf mich wartet. Alles mit ihm an? Ja. So. Okay, ähm. Ja, wohl oder übel muss ich hier runter. Aber erstmal hier alles kaputt machen. Immerhin Kohle. Ja, tauchen angesagt. So. Schön umschauen. Wie vielleicht irgendwo noch eine. Da ist die Kreation. Ah, da hinten ist eine Münze. Die will ich natürlich erstmal haben. Hol dir die Münze. Yay. So, gibt es hier noch irgendwo was? Ist ja schön klar, das Wasser. Wenigstens etwas. So, gucken. Was sind das für Dämpfe hier, die hier rumqualmen? Hier ist aber nichts weiter, ne? Außer die Kreation hier über mir. Heißt das, ich soll sie erwecken? Unter Wasser? Kann ich das überhaupt? Hallo, lasse ich mal raus. Äh, ich komme hier gar nicht raus. Ach, das ist wo der Deckel ist. Okay. Muss ich hier irgendwas machen? Vielleicht vor der Kreation hier vorne hin? Hier so? Ne, zeigt mir ja nichts an. Ach, da hinten. Warte mal. Wir sind von da gekommen, ne? Ne, von da sind wir nicht gekommen. Hier geht es aber auch noch raus. Hab ich gar nicht gesehen erst. Aha. Schau mal eine an. Ich wollte schon sagen. Und da, ähm, ja, wo soll ich die denn jetzt hinrollen? Ähm. Vielleicht hier so schon mal ein bisschen hin? Ich könnte ja hier jetzt. Okay. Das ist merkwürdig. Da ist eine Druckplatte. Okay, die Kugel lassen wir. Also müssen wir uns erst mal hier umschauen. Nützt, nützt ja nichts. So, okay. Was für ein Irrgarten hier. Kann ich hier hoch? Hier kann ich hoch. Ah. Jetzt frage ich mich, was mir das bringt jetzt hier. Ähm. Gut, ich kann jetzt da drüben. Die Seite rein. Aber war ich hier nicht schon? Moment mal. Dann bin ich doch wieder hier. Ich bin doch hier geschwommen. Und hier bin ich doch hoch, ne? Okay. Von da kam ich. Hier ist ja auch. Hier ist auch, ähm. Aber hier gibt's nix. Hier höchstens. Ich schnall gerade nicht, was ich hier machen soll. Bleib dort. Ich nehm die Tür. Ach, jetzt verstehe ich. Ähm. Kann ich durch... Ah, ich kann... Ich kann durch und durchschieben. Was für ein... schon okay. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Ja, lass doch runter die Tür. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Wieso? Ich war da schon. Alter Schwede. Voll eingelocht. Ah, ja. Und jetzt kann ich sie auch zum Leben erwecken. Dann ergibt das alles einen Sinn. So. So, da fühlen wir uns gleich viel besser. Oh, hier. Ich kämpfe zu gern mit denen. Die hier wieder mal... ...nur Ärger machen wollen. Könnt ihr nicht sehen, dass ich hier... ...nur Ärger machen wollen. ...nur Ärger machen wollen. Ja, klar. Was willst du denn gegen mich ausrichten? Hä? Freund Blase. Kannst gar nix machen. Oh, der ist aufgehoben. Ja. Oh, lass mich mal den eben... ...hast du den schon? So, jetzt überlege ich gerade so. Warte mal, da kann ich zum Beispiel... ...das so weghauen. Nein, lass, du sollst dich hauen. So, dann kann ich mir hier die Kiste holen. So, da war eine Sense dabei. Ich glaube, eine lila, ne? Blitzschahnen. Oh, ja, Leute, die muss ich jetzt anlegen. Blitzschahnen, ehrlich. Eine Kralle und, ja. Ein Gewand. Ja, hat nur Zorn mehr. Aha. Und hier haben wir einen neuen Talisman dazu gekriegt. Kritischer Magieschan. Wäre natürlich... Was hat denn der andere noch? Kraft, Magie... Hm, ja, seht ihr, Gesundheit kriege ich schon. ...wenn ich exekutiere. Jetzt kriege ich natürlich keine Gesundheit mehr, ne? Also kann ich jetzt... ...wäre ich jetzt keine... ...Rücksicht mehr nehmen. So, das war zu. Hier war doch irgendwo anders noch ein Weg gewesen, ne? Ja, das war eine Sache. Wieso will er mich da nochmal rüberschmeißen? Das verstehe ich jetzt nicht. Steig auf, Reiter. Ich werfe dich. Da war ich doch schon. Nein, wir müssen hier lang, wo Asche ist. Hier. So. Ach, wir haben immer noch nicht den Schlüssel gefunden. Stimmt. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal zurück. So, weg hier mit dem Dreck. Brauchen wir aber nicht, weil wir hier durchkommen jetzt. So, und hier... Hier war das mit dem Schlüssel. Genau. Und jetzt können wir ja hier hin. Wo wir die Kreation haben. Oder die Kreation haben. So. Und hier rüber. Und hier rüber. Moment. Moment. Da, an die Kletterwand. Ja, und dann? Achso, an den Balken da oben. Verstehe. Da vorne kann man nämlich gar nicht. Ah, oder hier. Ah, nee. Da fehlt uns noch was. Da können wir noch nicht hin. Aber hier können wir... Genau. So, zu denen da. Ah ja. Ich komme gleich, Jungs. Die Kiste braucht er nicht mehr beschützen. So. Das unter mir. Da komme ich erst, wenn ich diesen Greifarm habe. So. Ei, 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 ei. Lava, Lava, Lava. So. Wo kam die jetzt runter, die Lava? Hier. Ja, aha. Okay. Einmal hier rüber. Einmal weiter. Yay. Mit Asche, der sitzt da oben zwischen der Lava. Ja, ja. So. Ihr habt da auch mal ein bisschen... ...Beschäftigung. Oh, hier. Der hat... No. Kriege ich ja Gesundheit, wenn ich das mache. Unmöglich. Ich kann nicht. Ach ja. Noch ein größerer. Okay, hier. Komm. Wisst ihr was? Haha. Eine blaue Sense. Scheiße. So. So. So, da ist nichts. Hier kommen aber gleich jetzt noch Kisten. Ich gucke nur mal eben, ob hier oben irgendwo... ...ist nichts. Okay, hier war noch Geld. Ja, damit. Wir haben eine blaue Sense gekriegt. Da sollten wir eben mal schnell gucken. Äh... ...Schockschein... ...und Zorn bei kritischen Treffer. Äh, ne. Da bleibe ich erst mal bei denen. Moment mal. Habe ich da gerade richtig gelesen? Gesundheit pro Kill kriege ich ja auch mit denen Sensen. Ach so. Ja. Super. So. Ja. Ja. Der Schlüssel. Ja, dankeschön. So, komme ich jetzt hier, muss ich wieder zurück, ne? Ach ne, ich könnte hier auf die Kette raufspringen. Ja, und an die andere Kiste komme ich jetzt leider noch nicht. Weil... ...ihr seht ja, da ist so ein rundes Teil. Und damit muss ich mich da nämlich ranziehen. Aber die wird ja angezeigt auf der Karte. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kreation könnten wir eigentlich hier stehen lassen, weil... ...die brauchen wir ja jetzt. Oder ist da irgendwo noch... ...Zeug... ...was beseicht werden muss? Ne, jetzt können wir ja... ...die sieht man manchmal gar nicht, die Vasen. Ich dachte, die ganze Zeit... ...das... ...weil die gleiche Farbe haben wie die Wand. Na gut. Jetzt können wir auf jeden Fall die Tür hier öffnen. Guck mal, hereinspaziert. Oh, eine Wendeltreppe. Ehrlich jetzt? Und ich muss auch schon wieder einen Schnitt machen. Mei, in der Fresse. Ah, hier ein Erschaffer... ...sitzt hier eben mal. Die Kreation hätten wir hier sowieso nicht hergekriegt, oder? Jetzt sag nicht, dass ich mit der... Ne, die kommt da nicht durch die kleine Tür, die da unten war. Ne, 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 ne. Aber das werden wir hier... ...wir werden sehen. Das werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Okay, dann sag ich mal... ...Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... ...Darksiders 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.